Wir haben einen Besuch auf der Messe in Salzburg auf der Rast und da ist der Juniorchef von der Firma Mori gewesen und der hat uns das System erläutert und gezeigt, dass wir uns unsere Hotels anschauen und dann haben wir mit ihm diese Vereinbarung gemacht, dass diese Arbeit um die Sanierung zu machen. Ausführungen und Betreuungen war von der Firma Mori sehr gut und zwar wahrscheinlich deshalb, weil der Juniorchef direkt immer vor Ort ist.